Ich suche die Nullstellen dieser Funktion, also ich mache ist gleich Null und da ist ein Mal, das heißt ein Produkt ist Null, wenn einer der Faktoren Null ist, dann macht man hier so zwei Nebenrechnungen, 4 durch x² ist nie Null, gleich Null gibt keine Lösung, weil der Vierer ist nicht Null, ich kann hier mal x² machen, dann steht da gleich 4 gleich Null, das haut nicht hin, keine Lösung, fertig, hier aus, hier schon, Ln von 1 durch x gleich Null, da gibt es die schnelle Lösung und die langsame Lösung, also die schnelle Lösung ist, dass man weiß, das wäre natürlich schon gut, Ln von 1 gleich Null und dann weiß ich 1 durch x gleich 1, ui, und dann kommt raus x gleich 1. Die andere Lösung ist, ich habe einen Ln, ich will den loswerden, ich mache e hoch Punkt Punkt Punkt, weil e hoch Ln fällt weg, e hoch Ln, 1 durch x ist 1 durch x, fertig, das ist wie Wurzel und Quadrat, e hoch 0 ist 1, also habe ich 1 durch x gleich 1, mach mal x, dann habe ich 1 gleich x, fertig, Nullstelle, gewonnen, passt.